Wir suchen immer das Besondere in der Uhrenwelt. Hier zum Beispiel als allererstes eine Lavaro Abacus. Abacus wegen der interessanten Kugel, die Zeiger und auch das Urglas ersetzt. Sie ist frei beweglich im Orbit und bleibt an magischer Stelle von einem Magneten gehalten, zur richtigen Zeit stehen. So kann der Träger der Uhr spielerisch die Zeit ablesen. Ein Made in Germany Produkt wird in Pforzheim produziert aus Edelstahl, hoher Qualitätsanspruch, hoher Innovationsfaktor und auch ein spielerisches Element.